So, wie wär's, wenn's jetzt losgeht. Was hat der gesagt, wenn's losgeht? Na komm mal, nett. Nett, nett, nett. Rechts, links oben. Direkt die Bunkerkante, direkt da drauf. Die Bunker weiter hinten, glaub ich, hockt auch noch einer und da oben ist auch noch einer gelaufen, eben ein Stück weiter hinten auf dem vorderen Bunker, da muss jetzt noch ein zweiter kommen. Da ist er. Nichts gehört, du? Gesehen. Quasi selbe Position, nur rechts und weit rein. Ich glaub hier oben auf dem Bunker, direkt vor uns sind welche. Marino! Oh! 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 Ja! Aha! Was ist das? Entschuldigung, seid ja wahre Überlebenskünstler. Ja, schon drei Jahre hier rausgerollt. Am übernächsten Schornstein. Das müsste einer sein. Aber das ist für mich zu dicht. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn erwischt. Das war ein schöner Schuss. Ich weiß eigentlich, ob es stinkt. Das war nicht. Wir treffen uns wieder hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020